Also ich zack jetzt das erste Mal. Tommy hat's ja schon zackt. Ja, aber ich weiß auch nicht mehr wie gut das geht. Mal gucken. Also mein Game ist auf jeden Fall das erste Mal. Und wenn du die Leertaste öfter drückst, dann kannst du auch springen, ne? Ja. Alter, was? Wo schier sie denn? Ey, da ist einer taucht. Ganz normal, wie immer. Nein, irgendwie nicht. Doch. Nö. Optionen. Auch genug normalen Maus vorne. Kampf. Angriff. Oh, die Fotze, Alter. Hä? Äh. Ja, passt. Die Fotze. Warte, warte, warte. Ja, ich hab irgendwie... Also ich muss die... Scheiße! Ich muss die Steuerung neu hinstellen. Ja! Ab... Ah, die Grafik muss ich da hinstellen. Die ist schon da kackig aus. Ja, ich hab jetzt endlich mal einen abgeschossen. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Fucking! Du kannst auch flühen und so, ne? Ja, ja. Da haben wir grad einer Krug gemacht. Kannst du rein, den Funnel und so weiter. Unter Wasser kannst du überall durch. Und nicht an jeder Wand funktioniert das Klettern, ne? Klar. Aber... Irgendwas schießt du hinter mir. Und irgendwas hat mir da... Ja, wenn der hinter dir was schießt, dann... Muss man sich umdrehen auch, ja. Ah, ich muss wieder was schießen, ja. Wo ist er? Ja, ich hab schon meinen ersten Selbstmord hinter mir. Ja, nicht so scheiße. Nicht so clever. Ja. Juckt meine. Alter, mich leck' in Ordnung! Na! Du wollen alle zusammen. Die Fotze, Alter! Du kannst zum Beispiel an einer Brücke langlaufen oder so. Aber musst du's erstmal kennenlernen für dich. Ja. Ja, mein Grafik ist echt scheiß'n. Ja, mein Grafik ist echt scheiß'n. Ja, das ist so... Kleines Lightning. Kannste platzieren. Kannste kriegst du auch. Ja. Der kommt auch noch mit dem Flammenwerfer, glaub's ja. an der Brücke ist nicht mehr oder so. Die Brücke reparieren. Du kannst es ja einfach nur kreunen. Oh! Weh... Oh! 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 Es ist schon kleiner. Ich hab schon mal mit ihm. Oh, in der Brücke. Oh! Nein, boah, ich hab's geschafft. Noob! oh kacke naaa kueschige tricks xo mein penis hahaha schöne grüße an die süße oh xo potze du hast schon 8 abschütteln machst du das du süßer ja bin eben geil leuter ja ich bin eben geil leuter Kack! Meistens mit Ankern oder zum Blödsinn. Der ist erledigt! Ankark! Scheißhure! Die campen das Geschiss und das Arschloch! Der macht keinen Spaß, der Raketenwerfer! Kann man da also rutschen? Oder ein Neger? Neger. Kann man nicht rutschen. Ich bin der Einzige, der kämpft! Hm. Tschau Leute! Sag mal Tschüss! Bye-bye! Aber jetzt muss ich ja hoffen!